Hilfe, Wasserleiche! Hä? Woran hab ich mir denn jetzt weh getan? So, Verfassung. Ah, scheiße. Ich würde sagen, ich werde gleich schon verloren. So, jetzt wieder zum Thema hier an Wasserleichen dranbleiben. Einfach draufkloppen, was das Zeug hält. Nicht nachlassen, weil sonst kotzen die einen an und das ist dann irgendwie echt eklig. Ähm, gut. Taschenlampe mal wieder aufladen. Alkohol. Boah, 1060 Dollar. Schaufel, super. Hilf mir echt weiter. Kommt da einer? Hm. Dann lassen wir jetzt mal da erstmal stehen. Ich schätze mal, den werden wir sowieso treffen. Ah, zur Kirche. Mhm. So, dann hoffen wir ja mal, dass wir jetzt mal mit einer Stadt rumlaufen. Gefällt mir definitiv besser als nur in so einem blöden Gully. Ja, eine Stimme aus dem Himmel. Neues Quest. Gut. Erst mal gucken, wo müssen wir denn hin? Hallo? Komm mal hier raus da. Ah. Wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wie fuck ey. Pass auf. Dafür, dass meine Frisur ruiniert hast. Episch. Haben wir noch mehr von den Typen? Kann man hier auch mal einsammeln? Nö. Das haben wir hier noch so schönes. Dann nehmen wir noch mal hier unsere Elektrokeule. Ist ja auch mal benutzen, ne? Ja, unsere Kirche. Das hatten wir doch schon mal. Äh, Schlägertyp. Nee, wollen wir jetzt nicht. Geld? Geld ist immer gut. Ist der auch dabei? Ne. Ab in die Kirche. Wir sind in Sicherheit. Es wäre eineische Inhalte. Ich hoffe, wir würden viele mal einigen. Pokémon… Weißt du, dass wir nicht! Viele haben keine chaffee. Einige dieser Läger haben gebraucht, die Polizeiwache in der Nähe. Eine Frau Jean ging es um mit ihnen zu spüren. Joseph ging mit ihr. Und ich befreue für beide. Aber klar! Ja, ist ja gut. Jetzt rück ich mich auch noch ein. Ey, voll die Zombies hier. Was ist er? Erst mal die Energydrinks wieder. Lass sie hier schön aufladen. Scheiße, keine Früchte mehr. Alle aufgegessen. Modifizieren. Jetzt haben wir ja genug Geld. Upgrade. Ja. Hm. Moment. Erst mal hier Inventar. Was können wir denn jetzt hier noch reinpacken? Eingänge, Baseball, Stoß. Toll. Ne. Molo drauf. Den machen wir da oben rein. Doppelklinge. Doppelklinge. Nochmal da. Kann man immer gut gebrauchen. Aber hauptsächlich will ich hier so meine Stacheldrahtdinge. Wobei haben wir hier noch was anderes zu modifizieren. Gucken wir mal. Dio-Bombe. Da wären wir nix tolles hier. Aber wir hier bauen könnten. Hm. Ja, aber modifizieren wir den halt. Ich denke, du kannst uns helfen. Wir brauchen Hilfe. Der ist besser. So. Lass er hier noch ein paar Leute beklauen. Was ist mit ihm hier? Händler. Ja, verkaufen wir. Nein. Verkaufen. Scheiße. Automatisches Gewehr. Zügiger Revolver. Den verkaufen war. Den brauche ich nicht. Echt mau Doppelklinge. Ja, das. Was haben wir denn hier sonst noch so? Motorteile. Ach komm, Motorteile verticken wir jetzt mal. Auf dem Schwanz. Ja, komm. Den Rest. Tussi sitzt nicht mehr hier, nö. Let's take a look, shall we? Das hier gibt's noch irgendeine Kohle, ach so. Was mit ihm? Warte mal hier noch Früchte. So, da bin ich jetzt wieder voll. Ich bin da ewig Aufgaben, nee. Ich glaub da war noch ein Typ ist mit dem Kollege, da muss ich quatschen. Wir brauchen zu sprechen. Wir brauchen die Kirche gegen irgendwelche Attacken von diesen unendeten Dämonen. Für das brauchen wir ein paar spezielle Tools. Will du uns helfen, sie zu finden? Ich werde mein Bestes. Oh, excellent. The tools I have in mind are in Antonios Workshop, at the pump station. Hm. Gut, gucken wir mal, ob wir hier noch weiter so erledigen können. Aber sonst noch hier so. Hurry up, before it gets dark. Ach, klar. Moment, welches Quest machen wir denn jetzt hier? Quest. Ja, warum denn nicht? Mal Polizeiwache, ja komm, machen wir erstmal hier so ein paar Quests. 420 Meter voll weit. Hey Joseph. Sie waren betrunken und haben gelacht. Sie waren getrunken. Sie riefen. Ich beagte ihnen, zu lassen sie gehen. Und sie verletzten mich, bis ich schraubte. Als ich hierher kam, war ich auf der anderen Seite des Walls. Aber sie ist wahrscheinlich noch immer wieder. Ja, komm, wenn wir springen. Komm, wenn wir in das Gebäude geschlossen werden. Okay. Yeah. Schlüssel. Moment, ich will aber nicht da durch. Ich will jetzt erstmal anderes Quest. Erstmal das. Jetzt machen wir erstmal hier noch so ein paar Zombies platt. Hm, fangen wir doch eigentlich alle schon, oder? Wow! Alter! Ich wollte ihm hier gerade in den Anstrengen. Oh, da ist hier noch einer, der gerne aufstehen möchte, oder was? Ah, der. Ich ziehe die Entscheidung, du Penner! Fuck you asshole! Hey, lasst mich, lasst mich Spaß mit euch haben. Wirst du noch aufstehen? Komm, ich tritt dir erstmal in den Rücken, und dann... Das Schöne habe ich dir dein Gesicht. Komm, ich werde ich von deinem Leiden erlösen. Wer ist der nächste? Wer ist der nächste? Wer ist der nächste? Everyone will die. Los ihr Säcke! Wenn ich ruche, sagt Säcke, dann meine ich euch. Ein mittleres Medikid, das ist... Irgendwie mache ich mich hier meinen, einen schönen Basic kaputt. Ach Gott. Der Verrückte. Voll die Spritze ab. Ja, scheiße! Ach, der hat sich umgedreht. Das lohnt sich immer, die Typen platt zu machen, weil die bringen unheimlich viel. Erstens Erfahrungspunkt, und zweitens geht. Wo sind wir denn hier da? Weiter geht's! Auf zur nächsten Runde, den Psychopathen platt machen! Wow! Yeah, was sag ich? Lohnt sich immer. Ähm... Nein. Jetzt müssen wir erstmal Fähigkeiten hier wieder pumpen. Beschützer in Brand setzen. Ah, Chance Feinde mit Beschützer in Brand zu setzen. Hm. Machen wir hiermit kritische Treffen. ... ... Vielen Dank.